So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance letztes Mal haben wir die dunklen Künste uns genauer angeschaut, die Dark, äh Quatsch, Dark Tainted Judas besitzt und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir damit irgendwas auf die Reihe kriegen. Gucken wir mal, zu den dunklen Künsten kommt gleich mal der Curse of Darkness und ein interessanter Raum. Das Schöne ist ja, wir können mit ihm jeden dieser Curse-Räume besuchen, das heißt, es gibt überhaupt keine Strafe, außer wir schaffen es dann den Gegner da drin nicht zu besiegen, hi. Uch, wollte ich gar nicht öffnen. Dann werden die Fliegen wahrscheinlich sich gleich hier rumkümmern, ja, so habe ich mir das schon gedacht, okay. So, also, wir können da umsonst rein, was sehr schön ist. Was nicht schön ist, ist halt, dass wir Rote Herzen zum Beispiel nicht aufsammeln könnten. Das ist sehr ärgerlich, aber er ist halt ein Charakter, der keine Roten Herzen hat. Ich muss aufpassen, dass ich das nicht zu übertreibe mit diesen, mit den dunklen Künsten und es lieber nur einsetzen sollte, wenn es halt wirklich auch gefahrlos möglich ist. Da man ja nur ganz kurz dann Damage abbekommt. So, das schon mal so als kleine Zusammenfassung der ganzen Geschichte. Okay, ähm... Ja. Ich werde sehen, was ich machen kann, ob ich das hinkriege. Oh, wir bräuchten zwei Bomben und noch einen Schlüssel. Oh, das Roboter-Baby. Das ist das Coole, ne? Oh ja, das ist das Coole. Oh, das ist ja... Cool. Das wird jetzt wahrscheinlich durchaus öfter mal... Ja. Das, das, das verändert viel. Das Roboter-Baby verändert wirklich viel. Weil es gibt ja auch das Blöde, was man so selber steuern muss. Aber das hier ist ja einfach cool. Da werde ich... Ich glaube, durch den Einfluss des Roboter-Babys werde ich gar nicht so oft die dunklen Künsten noch einsetzen. Weil ich dann halt immer ziemlich sicher bin, auch ohne die dunklen Künsten. Das sollte man nicht riskieren. Okay, das war was, wo ich mal gesagt habe, das ist was, was man am Anfang einsammeln kann. Dann ist es cool. Ich habe aber schon wieder vergessen, was es macht. Ähm... Lasst mich das ganz kurz nachgucken. Sooo... Spawns a random chest after completing a regular challenge room. Richtig. Und nach einem Boss-Challenge-Room kommt ein Pedestal-Item. Sehr gut. Also wir müssen mit dem Ding in die Challenge-Räume reingehen. Ganz, ganz wichtig. Mit dem Ding unbedingt in die Challenge-Räume gehen. Okay, da hätten wir schon unsere erste Bombe. Ja, komm. Und gucken mal, was die Kiste für uns hat. Wir nehmen diese Kiste, weil man weiß ja nicht, was aus der anderen kommt. Na gut, das war jetzt nicht so der beste Deal. Aber man weiß es vorher ja nicht. Oh. Man weiß es vorher ja nicht. Das ist das. Wo geht's denn weiter? Ach, hier. Das ist das Ding. Aber jetzt habe ich halt schon was. Das ist super cool. Jetzt habe ich halt schon was, was auf Entfernung angreift. Weil meine Range ist halt sehr schlecht. Ne? Die Range von Tainted Judas ist ziemlich mies. Aber dadurch ist das völlig egal. Macht das Baby eigentlich auch? Also macht der auch so eine? Ups. Der macht das nicht. Okay. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie sein Damage auswirkt. Da bin ich mir jetzt unschlüssig. Ist aber auch egal. Noch ein Schlüssel, aber leider keine weitere Bombe. Aber wenn wir noch... Ne, Quatsch. Wir kriegen keine Bombe mehr. Ne, es hat sich erledigt. Ich glaube, das Ding wird selber nicht stärker. Nur mein normaler Angriff wird stärker. Oh, ich treffe den gar nicht im Moment. Aber das meine ich, jetzt kann ich nämlich weiter von dem weg sein. Und es ist trotzdem nicht gefährlich. Ups. Sonst müsste ich nämlich relativ nah zu dem hin. Und dann laufe ich ja nur Gefahr, ihm ins Gesicht zu rennen. Und das will ich nicht. Das ist natürlich nicht okay. Das ist leider jetzt nur ein HP-Up, weil das Regeneration dürfte sich nicht auf die blauen oder schwarzen Herzen auswirken. Was sehr ärgerlich ist, weil sonst wäre das ein sehr geiles Item gewesen. So ist es halt nur ein schwaches HP-Up. Es ist also eigentlich nichts anderes, wie wenn hier einfach ein blaues Herz gespawnt wäre. Damit können wir nicht so viel anfangen. Aber was willst du machen? Ne? Was willst du machen? Das ist halt, was man kriegt. Das ist halt, was wir hier kriegen. So, Curse of Darkness ist weg. Da fahren wir jetzt in Curse of Unknown. Okay, wir hatten drei schwarze Herzen. Es ist riskant, mit wenig Schlüsseln dieses Ding hier schon mitzunehmen. Aber ja, ne? Weil jetzt kommen öfter Truhen und dann brauchen wir Schlüssel für diese Truhen. Sonst können wir die nicht öffnen. Aber wir werden sehen, was wir draus machen. Wir werden sehen, was wir draus machen. Lass mich ganz kurz hier was drücken. So. Wir werden sehen, was wir draus machen. Das war schon wieder zum Beispiel eigentlich eine viel zu riskante Aktion. Den Raum könnte ich problemlos auch spielen, ohne diesen Quatsch zu machen. Ja, sehr gut, sehr gut. Schlüssel, Schlüssel. Sehr schön. Solche Truhen können natürlich auch auftauchen, aber oft sind es halt dann Schlüsseltruhen. Und wenn wir die nicht öffnen können, dann bleibt hier alles nachher ungeöffnet. Das wäre ziemlich ärgerlich. Siehste? Aber die Hoffnung wäre halt, dass aus dem Schlüsseltruhen dann auch Schlüssel kommen. Das wäre halt gut. Oder wir einen goldenen Schlüssel irgendwie finden. Das wäre halt super. Deswegen bin ich bei Gappies Tail immer so ein bisschen zwiegespalten. Muss ich gestehen. Das sieht komisch aus. Okay, wir räumen hier mal ein bisschen auf. Dankeschön. Sehr schön. Sehr schön. Mehr Bomben für mich? Ach nee, das ist Mr. Boom. Aber meint. Ich dachte, dass ich Bomben kriege und die stärker werden. War es allerdings nicht. So, gut. Den blauen Stein hat er gesprankt. Dann haben wir hier nichts weiter zu suchen. Okay. Okay. So, jetzt der erste Versuch. Schade. Okay, cool, cool, cool. Das kann man mal mitnehmen. Das ist sehr praktisch. So. Oh, das ist ein guter Raum für die Dark Arts, glaube ich. Durchaus, durchaus. Okay, Schlüssel. Nade. Kein Bombs-Archie. Das ist sehr gut. Dann braucht man nämlich nicht mehr sprengen, den Quatsch. Ah, hier drüben wäre gewesen. Das ist auch sehr gut, wenn wir wieder Bomben hätten. Aber die Schöne, das Schöne ist ja, wir laden die ja gleich auf. Wir haben jetzt ja immer, oha. Wir haben jetzt ja immer eine Bombe. Das ist halt nicht immer, aber okay. Aber jetzt will ich an die... Ah. Wo will ich jetzt als erstes hin? Ja, komm, wir machen hier. Wir machen hier. Wir machen hier. Ist ja irgendwo ein blauer Stein. Nee, ne. Dann ist es egal, wo ich sie setze. Dann hoffen wir mal. Ja. Ja, sehr schön. Das war insgesamt ein Gewinn. Dann spielen wir es mal weiter. Ich setze jetzt hier nicht meine Bomben ein, sondern wir laden die einfach auf, die Bombe. Das ist deutlich schlauer. Das ist deutlich schlauer. Achso. Hä? Hättest du jetzt nicht aufladen müssen? Bin ich blöd? Oh, schon wieder so eine Truhe. Oh je. Ich sehe schon, wir werden nicht alles in diesem Ding öffnen können, wenn wir jetzt nicht Glück haben. Und da kommen mehr Schlüssel raus. Ah, okay. Zu langsam. Aber ist in Ordnung. Gar kein Problem. So. Ah, siehst du? Das ist das Ding. Das ist das Ding. Ich kann jetzt auf keinen Fall, ich komme nicht an alles, äh, super. Ich werde nicht an alles rankommen. Genau das ist das Ding, ich werde nicht an alles rankommen. Wir machen jetzt als erstes die hier auf. Weil die kann ich einfach öffnen. So, da passiert ja nichts. Mach mal mit einer normalen Bombe noch. Da hoffen. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben einige Schlüssel bekommen. Und das... Oh, nice. Nice, 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 nice. Und das bedeutet natürlich, dass wir weiteres öffnen können. Oh mein Gott, jetzt erst der Shop. Jetzt erst der Shop. Jetzt erst der Shop. Okay. Die Black Candle ist... Oh mein Gott. Jetzt geht's aber ab hier. Mehr Schlüssel. Jetzt geht's aber richtig ab hier. Okay. Wow. Wow. Ähm, haben wir jetzt die schon aufgemacht? Ja, ne? Genau, da war die Schraube drin. Dann haben wir jetzt... Da oben haben wir alles. Da unten haben wir auch alles. Da war nichts weiter mehr. Ist auch nichts mehr. So, dann haben wir die hier noch. Okay, mehr Bomben. Ja, dann haben wir alles. Ich hab alles geöffnet, ne? Ich hab hier nichts ausgelassen, was schlüsseltechnisch war. Sehr schön. Sehr cool. Gefällt mir. Gefällt mir. Du gefällst mir weniger, aber das macht nix. Das war schnell und einfach. So, wir wollen natürlich nicht... ...in den Satan-Deal rein. Deswegen direkt weiter im Programm. Okay. Bisher ein ganz netter One, muss ich sagen. Da wäre ich gerade ein bisschen falsch gelaufen vor Schreck, aber ist okay. Es wird halt die Geschichte mit dem... Na, jetzt ist es ja egal, wann ich das mitnehme. Ne, es ist nicht egal. Wir lassen uns mal hier liegen und ich hoffe, dran zu denken. Ähm. Okay. Aber die Geschichte mit den Schlüsseln, die mir fehlen, die wird es jetzt halt immer wieder geben. Das ist das Ding. Ne, also... Das ist jetzt so eine Sache. Tour of Hearts bringt mir überhaupt nichts, aber ich kann es kurz mal mitnehmen. Soul of Eve. Oh, die haben wir letztens erst freigeschaltet. Was macht die Soul of Eve? Was macht die Soul of Eve? For the current room, 14 dead birds fly in from off the... Ach, das war der... And attack all enemies. Dealing low but frequent damage. Oha, geil. Also einfach ein Raumschaden. Der Schaden hat dann... Äh, der Raum kriegt dann einen Schaden. Okay. Okay, I see. Wir werden mal ausprobieren. Bei Gelegenheit. So. Gut. Ich muss nur immer groß gucken und gut drauf achten, ob ich gerade... Scheiße. Ob ich gerade die Soul of Eve habe oder halt was anderes. So, und da wir eh gerade, äh, ne... Es ist zwar noch nicht gesagt, dass er hier ist, aber wir können es schon mal probieren. Und Preffer versenkt. Sehr schön. Das ist doch wieder was... Für... Meine Shop-Geschichte dann. Oh, zwei Pillen. Okay. Ja, die Range ist nicht so gut, weil die Range ist eh schon schlecht. Aber was willst du machen? Okay. Okay. Zwei schlechte Pillen, aber dann haben wir es ja halt schon mal eingesammelt. Es ist halt Glückssache. Es ist und bleibt halt Glückssache. So, ich kann es nicht ändern. Moment, ich muss kurz wieder was drücken. So. Ich kann es nicht ändern. I'm sorry, guys. Okay, guter Raum. Der ist sehr gefahrlos spielbar. Vor allem, wenn man so einen Kollegen dabei hat, der die Viecher einfach reduziert. Dann ist das hier alles... Gar kein Thema. So. Das Gute ist, wir haben jetzt den Geheimraum schon gefunden. Das heißt, wir können die Bombe jetzt zum Beispiel für solche Geschichten hier auch nutzen. Und ohne aufzuladen. Hätte ich ja nicht warten können, bis ich meine Bomben eingesetzt habe. In dem... Ja, es war. Ich hätte warten können. Ist richtig. Habt ihr vollkommen recht. Das war ein schönes Damage-Up. Ja, natürlich nur kurz, wie immer. Aber jetzt können wir die Spinnen auch aus der Ferne erledigen. Oh, und da ist jetzt schon wieder eine goldene Truhe. Aber ich glaube, diesmal gehe ich als erstes in den Shop. Na, wir werden nicht in den Challenge-Raum dürfen, ne? Doch, wir dürfen in den Challenge-Raum. Sehr geil. Dann wollen wir unser Twinket gleichmals sinnvoll einsetzen. Das blöde ist, ich musste die Truhe eröffnen, um den zu starten. Ich hoffe einfach, dass die Truhe, die kommt, eine brauchbare Truhe ist. Äh, die Range ist schon nicht so geil. Also, das muss man mal zugeben. Aber hey. Wir arbeiten ja dran, ne? Okay. Ah. Nicht, was ich wollte. Nicht, was ich wollte. Weil wir brauchen dringend Schlüssel. Wir brauchen ganz dringend Schlüssel. Und zwar viele. Ah, nicht, was ich wollte. Okay, ne unbekannte Pille in groß. Wir hoffen, dass es ne gute ist. Yo. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wow. Okay. Kein Schlüssel, leider. Ich bin ganz schön flott unterwegs, die Kollegen. Ah, das ist genau, ah, nee, das will ich nicht. Das ist nicht, was wir wollen. So, jetzt habe ich im Moment keine Verwendung für meine aufgeladene Bombe. Das ist ärgerlich. Hier ist es jetzt wieder sehr praktisch, dass wir den Kollegen haben. Ähm. Hä? Wie lange dauert das, bis die kaputt gehen? Oder trifft der, trifft der Laser-Heinz die nicht? Ich bin verwirrt. Okay, wisst ihr was? Oh, ich wollte, ja. Jetzt hat es das schwarze Herzgeld erledigt. Nicht wie, das lief nicht, wie ich das wollte. Lul. Also, so gar nicht. Gehen wir dann wieder in den Raum für meine Bomben. Bitte Schlüssel. Nix kam. Das ist auch nicht, was wir wollen. Okay, hier haben wir auch wieder einen schönen Raum. Okay, da, ich habe den Schlüssel gehört. Sehr gut. Oh nein, oh nein, sag nicht. Okay, ich komme ran, ich komme ran. Alles gut, alles gut. Wir kommen ran an den Schlüssel. Die Frage ist aber, für was nutzen wir den jetzt als erstes? Ich könnte halt riskieren und auf eine Kettenreaktion hoffen, über verschiedene Truhen, ne? Über verschiedene Truhen auf eine Kettenreaktion hoffen. Oh nein. Yeah. Zu viel. Den wir sagen, es ist ein Job. Okay. Kettenreaktion eins hat schon mal funktioniert. Dann erhöhen wir die Chance auf den Angel Room. Und dann, mhm, Itemraum oder... Ah, wir kaufen erst mal den Sack. Wir kaufen erst mal den Sack und die Taschenlampe. Mit mehr Schlüsseln. Sehr wichtig. Das wird jetzt halt jedes Mal... Ah, siehste, das ist halt das Ding, das brauche ich schon wieder nicht. Aber das wird jetzt halt jedes Mal eine Gratwanderung, zu entscheiden, für was setze ich meine Schlüssel ein, in der Hoffnung, dass ich mehr Schlüssel bekommen könnte. Ja, hier ist auch noch eine Truhe gewesen. Ach Gott, es ist furchtbar. Okay. Hier war keine Männer. Okay, dann... Da ich hier erst eine Bombe... Ach, komm, scheiß drauf. Wir nehmen die hier. Okay. Okay, ich wollte gerade sagen, nein, aber... Kann ja noch was Gutes werden. Kann ja noch was Gutes... Oh. Hier ist ein... Ach so, den haben wir schon. Ja, das war der da. Ich wollte gerade sagen, hä? So, und jetzt bräuchte ich noch einen Schlüssel... ...für die aktuell letzte Truhe. Aber wir haben ja auch noch ein paar Räume vor uns. Und es ist jetzt im Moment in Anführungszeichen auch nur eine Truhe, die wir aktuell nicht öffnen können. Das ist noch nicht so dramatisch. Da ist der andere Geheimraum. Dann ist der Boss vermutlich in der Nähe. Okay, ich kriege zwar nichts. Ja, okay, ich kann ein bisschen noch sprengen in der Ebene. Dann setzen wir... Ich würde das I Can See Forever gerne mitnehmen. Dann setzen wir beim Boss mal die Dead Birds ein. Dann sehen wir mal, wie das funktioniert. Die halten ganz schön viel aus, muss ich sagen. Und wenn man keine hohe Reichweite hat, ist das echt kritisch, mit denen zu kämpfen. Vor allem weil die Lays halt fast nichts bei denen gemacht haben. Okay, Bombe ist aufgeladen. Äh, Moment, wo kann ich überhaupt... Habe ich noch Pilze? Habe ich noch Pilze? Ich habe ja keine Pilze... Ach da. Schade. Ach so, ich wollte die mit... Ja, so rum. So rum nämlich. Aber wir kommen doch noch nicht zum Boss. Ich kann gerade kein Dark Arts einsetzen, weil ich... Durch das Einsammeln... Oha! Eine große Pille. Haben wir die schon gehabt? Oh, ja, ja, nee. Nee, die muss nicht sein. Die muss nicht sein. Oh mein Gott. Ja, das war dumm. Aber das ist... Ich hasse Spinnen. So viele auf einmal. So viele von den Drecksfeiern auf einmal. Das war richtig blöd. Was ein Scheißraum. Also... Ernsthaft. Was ein richtiger Scheißraum. Okay. Leider kein Schlüssel mehr dazu gekommen. Aber ist in Ordnung. So. Jetzt einmal Soul of Eve. Wie bleiben die dann oder gehen die wieder weg? Okay, die bleiben also... Die bleiben den ganzen Raum über. Oder zumindest eine Weile. Okay, also das ist ein ziemlich sicherer Boss-Sieg. Die Soul of Eve zu bekommen. Gut, haben wir die auch mal gesehen. Sehr schön. Okay. Wollen wir Richtung... Ja, doch. Wir wollen natürlich. Wir müssen jetzt wieder an alles denken. Und alles... Ah, fuck. Ich dachte, ich kann Dark Archer wieder einsetzen. Ey, meine Wange ist eine Katastrophe. Achso, doch. Rums. Genau richtig. Die Bombe gesetzt. Schöne Geschichte. So. Wir kriegen keinen weiteren Schlüssel, ne? Das heißt, eigentlich kann ich gehen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich in der Ebene noch soll. Doch, ich weiß, was ich in der Ebene... Oh, wir müssen nochmal zurück. Wir müssen nochmal zurück, Leute. Ganz wichtige Geschichte. Es ist zwar dann nur ein blaues Herz, aber es ist halt ein blaues Herz. Oh, und... Oh, ich hätte die... Oh mein Gott, ich hätte die I Can See Forever vergessen. Ah, das wäre dumm gewesen. Und hier, leider, kommen wir da nicht mehr ran. Man weiß halt nicht, was drin wäre. Muss ich jetzt halt so hinnehmen. Ah, so ist es halt leider. Achso, das Herz setzt sich vorne hin. Oh, ich hätte es einfach mitnehmen. Ich habe das schon wieder vergessen. Ich dachte, es setzt sich hinten hin. Siehst du? Was man nicht alles vergisst. Ja, okay, hätte ich vorne... Hätte ich direkt mitnehmen können. Also, weiße Herzen können wir problemlos mitnehmen, wenn wir nur blau oder schwarz haben. Habe ich schon ganz oft gelernt. Ich merke es mir einfach nicht. Es tut mir leid. So, Abflug. Oh, es wird sogar ein schwarzes draus. Stabil. So, wir haben auch direkt wieder diese Möglichkeit hier. Ne, 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 ne. Da überlege ich sogar kurz, aber ne. Weiß gar nicht, warum ich überlegt habe. So. Furchtbarer Raum. Zum Glück können wir alles verlangsamen. Das macht... Das macht den Teil hier sehr angenehm. Zum einen sind die Gegner in meiner Nähe langsam und zum anderen... Ja, ja, ja. Okay. Schade. Ja, und jetzt geht's wieder los. Oh, ich brauche Schlüssel. Das ist... Gabi's Tale ist wirklich Fluch und Segen zugleich. Aber man nimmt Gabi-Items immer mit. Also, das ist... Das wäre absolut keine Option gewesen, das liegen zu lassen. Auch wenn ich halt noch keine... Noch nicht viele Schlüssel hatte. Wir müssen halt wieder hoffen, dass wir auf irgendeine Art und Weise wieder viele Schlüssel bekommen. Geht leider nicht anders. Das ist kein Schlüssel. Schade. Aber wenn ich eh ganz viele Bomben bekomme, kann ich's auch einsetzen. Ah, da ist jetzt der Roboter nicht so optimal. Weil der die Sau selten trifft. Aber ich... Da kommen wir auch ganz gut ran. Schlüssel! Und der Vorteil ist, selbst wenn die schießen, selbst wenn sie zum Schießen kommen, hab ich ja meine Tränen, die mir die abwehren. Die meisten Schüsse zumindest. Ach, das war Wangedown. Das kannst du behalten. Spiel. Okay, hier ist der Geheimraum und der Shop. Shop müssten wir schon eigentlich wieder rein, wenn wir ehrlich sind. Aber es könnte halt auch langsam der Kampf kommen. Dann wär das nicht so schön. Dann wär das nicht so schön. Oh je. Okay. Ja, Geld ist toll. Aber Schlüssel wär'n tolliger. Wieso warte ich nicht, bis die Bombe aufgeladen ist? Ich weiß es nicht. So. Oh, da ist schon der Bosskampf. Interesting. Nein, nein. Nee, wir gehen nicht gleich rein, oder? Ich hab ja noch Möglichkeiten, Dings zu erhöhen. Das war ein bisschen... Schlüssel! Okay, Shop. Aus mehreren Gründen. Kein Schlüssel dabei. Ärgerlich, aber... Okay. Das kaufen wir auf jeden Fall. Das kann viele Schlüssel bedeuten. Ein Aufladschlüssel ist sogar dabei. Dann hier. Zack. So, und jetzt zahlen wir mal die restlichen neuen Münzen ein. Das werden wir mal wieder auch einzahlen. Und durchs Einzahlen kriegt man ja auch Engel-Chance-Erhöhung. Habe ich mittlerweile wieder gelernt. So. Okay, wir haben da oben noch eine Truhe. Ich geh aber erstmal weiter rum. Ich geh aber erstmal weiter rum. Ah, da war ich... Das war zu langsam. Aber wenn der mal in der Reihe kommt... ...dann ziehen wir einfach durch. Das ist auch sehr gut. Unbekannte Pille. Aber das meiste... ...schlechte haben wir schon gehabt. Deswegen kann man das mal mitnehmen. So. Aber im Moment sieht es danach aus, als ob wir alles mitbekommen würden, was wir haben wollen. Ja, wo ist denn jetzt der Itemraum? Bin ich blöd? Ach, da oben ist noch Platz. Also, Weg. Also, weißt du schon. Oh, Challenge-Raum. Okay, wir müssen uns das andere Twinket schnell nochmal holen. Ah, was? Was genau hat mich gerade getroffen? Oh, nicht schon noch... Oh, ich komm nicht rein. Ich darf in den nicht rein. Scheiße. Das ist schon wieder blöd. Ich darf in den nicht rein. Ah, ich hätte die... ...die anderen Pilze sprengen sollen in dem großen Raum. Äh, es ist zwar ein kleiner Raum, aber es waren noch viele Pilze übrig. Machen wir gleich. Schlüssel. Schlüssel. Sehr gut. Vielleicht kommen wir diesmal ja auch aus der Ebene raus und haben noch Schlüssel übrig. Oh, yes. Oh, yes. War das hier? Ja. Schade. Achso, ich komme... Ah, ich komme ja nicht rein. Habe ich wieder vergessen. Mein Gott. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Ja, der Laser wird halt leider nicht stärker. Der Laser ist zwar praktisch so wegen Distanzkampf, aber er wird leider nicht stärker. Das ist so ein bisschen das Problem. Oh, und ich habe mein Geld ausgegeben. Das ist jetzt auch ein bisschen doof. Das heißt, ausgegeben, ich habe es wieder eingezahlt. So, rum. Wir müssen halt auch irgendwann mal wieder einzahlen. Aber ich komme jetzt nicht da rein. Ich habe keine einzige Münze, Lul. Okay, das Sun nützt mir gar nicht mal mehr so viel, weil wir keine Herzaufladung dadurch bekommen. Ah. Ich weiß gar nicht... Ich muss jetzt das nochmal kurz lesen, was dieses komische Dataminer-Ding eigentlich jetzt genau macht. Ich verstecke das nämlich immer nicht. Wenn ich das einsetze, sieht alles komisch aus. Ja, will distort all the Brides. Aber was nützt mir denn das? Randomly increase or decrease one of your stats. Random Tier-Effekt. Ja, das ist... Nee. Das klingt einfach nur nach Müll. Dieses Item klingt einfach nur nach Müll. So, lasst mich kurz Steine gucken. Sieht nicht spannend aus. Okay. Ja, ich komme nicht rein. Das ist kacke jetzt. Vielleicht sollte ich eine Münze immer übrig lassen. Weil dann könnte ich da drin jetzt noch die Dinger sprengen. Das ist das. Das ist das Ding. Dann könnte ich da drin jetzt noch schön sprengen. So kann ich gar nichts mehr. Ich meine, ich könnte hier jetzt wieder Geld rausholen. Und das ist halt irgendwie auch dumm. Weiß nicht. Das ist halt irgendwie auch dumm. Ja, andererseits. Ich kriege da drin Geld ja wieder. Komm. Scheiß drauf. So. Ich glaube, wir müssen... Während One's einzahlen, fühlt sich immer ganz komisch an. Weil, klar, ich erhöhe die Engel-Chance theoretisch. Aber ich verliere halt... Ich gebe halt Geld her, was ich haben könnte. Das ist so ein bisschen... Oh mein Gott. Aber die werden wir schon mal... Also den... Das werden wir schon mal sprengen. Ich muss... Ich kann hier alles sprengen. Weil ich kriege ja hier keine Herzen zurück. Ich hoffe nur, da kommen jetzt Münzen raus und keine Herzen. Sollte aber eigentlich der Fall sein. Eine. Och, und dann... Das war... Das war eine denkbar dumme Entscheidung. Aber das Schöne ist, ich kann genau die zwei Münzen, die ich rausgeholt habe, wieder eins... Achso, ich habe dann mal mehr Münzen rausgeholt. Weil es ja explodiert ist. Ja, egal. Scheiß drauf. So, wieder rein mit euch. So, jetzt haben wir nämlich die Chance erhöht. Plus 5,6%. So ein Ding ist das. Okay, hier haben wir noch eine Truhe. Und dann gehen wir wieder mit Nullschlüsseln aus der Ebene raus. Ach, kritisch. Kritisch, kritisch, kritisch. Aber jetzt gibt es Säcke. Und Säcke können... Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, ich nehme jetzt die Stars mit. Ich nehme jetzt die Stars mit. Weil der Haupteffekt von der Sun ist nicht mehr für mich nützlich. Das ist auch für mich nicht nützlich. Danke dafür, Spiel. Äh, weil der Haupteffekt von der Sun ist nicht mehr für mich nützlich. Und... So kann ich mir den Schlüssel sparen. That's the thing. Okay, Abflug. Bis, da hat er mich nochmal getroffen. Das war ärgerlich. Das war sehr ärgerlich, aber kannst du halt auch nicht ändern. Okay, dann Abflug. Ich habe alles so, wie ich es haben möchte. Weiter geht's. Also, wie ich es mit der aktuellen Situation haben möchte. Haben könnte. Wie auch immer. Schade. Nichts brauchbares. Bisher auch nichts, was ich sprengen können, können, sollen, müsste, wollte, könnte. Da ist mein Curse Room. Der ist direkt schon mal relevant und wichtig. Wir warten natürlich mit Einsätzen von The Stars, weil es ja sein könnte, dass ich auch anders in den Itemraum reinkomme. Ohne Schlüssel und ohne Sprengung. Gibt ja Möglichkeiten, dass das passiert. Sehr schön. Säcke. Nicht ganz. Oh, wobei, hier jetzt mit Bomben ist natürlich auch cool, wenn die sofort aufgeladen werden. Hat natürlich auch was. Okay, cool. Kurz warten. Und dann wieder raus. Sehr schön. So, ähm, die Bombe aktuell kann ich allerdings nicht schon einsetzen. Na, hier war nirgends wo was, was ich schon hätte sprengen können. Warte. Okay. Dann. Immer noch nichts, wo ich die Bombe setzen könnte. Jetzt haben wir aber einen Raum, wo ich die Bombe setzen könnte. Das heißt, könnte, werde. Definitiv werde. Ich hoffe, ich kriege alle. Ja, hab ich bekommen, aber leider nichts weiter. Sehr gut. Oh, das mit den Säcken ist so gut. Das gibt mir jetzt nämlich schön oft Schlüssel. Wie wir das haben wollen. Gute Kombination. Das müsste nur die, also die Range müssen wir echt noch irgendwie ganz schnell steigern. Mit Range hat man eigentlich ganz selten Probleme, aber bei ihm, vor allem wenn er noch einen Range Down bekommt, ist das nicht so gut. Muss man gestehen. So. Okay. Na, das hat natürlich nicht gereicht, aber jetzt haben wir wieder einen schönen Platz für die Bombe. Gerade. Schön. Sehr schön. Also jetzt, im Moment, schlüsseltechnisch ist es gut. Schlüssel... Entschuldigung. Schlüsseltechnisch ist es gut, aber noch einiges an Luft nach oben, was es im Gesamt-Dual angeht. Okay. Ja, wenn die nicht zu mir kommen, dann kann ich nichts tun. Okay. Na, das war jetzt wieder dumm, aber ich komme dafür... Ah, ich muss erst aufladen, das Ding. Okay. Noch nicht aufgeladen, die Bombe. Shit, ich wollte natürlich schneller sein. Komm, mach dich weg. Ach, komm, ich hab doch extra die Schild-Tiers, dass ich nicht getroffen werde. Menno. So, mal ganz kurz gucken, ob hier ein Stein dabei ist. Sehe aber keinen. Also, Steine sind da natürlich, aber ihr wisst, was ich meine. So, jetzt aber ordentlich Bombe setzen und hoffen, dass alles wegfliegt. Ja, jawollo. Und dann kriegen wir hier schön... Schön alles, was wir wollen. Sehr gut, sehr gut. Dann könnten wir an der Stelle auch schon mal probieren, ob hier der Geheimraum ist. Schade. Dann wissen wir schon mal, dass er da nicht ist. Okay, aber bisher gibt es nämlich keinen anderen Raum, wo es hätte sein können. Aber wir haben ja noch viele, viele Wege vor uns. Okay. Das lassen wir erst mal liegen. Okay, da ist mein Itemraum. Und nochmal so ein Ding. Das ist... ...interesting, aber nicht, was wir gesucht haben. Ja, okay, jetzt müssen wir rein. Oh, das... Ah, das war blöd. Wir nutzen Stars. Okay, Bomben für uns. Und es ist ein kleines HP dabei, praktisch. So. Da ist der Challenge-Raum. Und wir haben ja immer noch das Ding... Ah, muss ich jetzt natürlich öffnen. Hilft nix. Also, wir müssen auf jeden Fall noch Münzen für den Shop. Wobei, diesmal könnte der Shop wirklich der Kampf sein. Aber ich meine, irgendwann muss der Kampf kommen. Das hilft leider nix. Da müssen wir auch durch. So, gib mir ne gescheite Truhe. Danke. Ja, und ein Schlüssel. Schön, schön, schön. Sehr gut. So. Schwierig. Schwierig hier. Jetzt habe ich hier schon aufgemacht. Soll ich mal ein paar Münzen da... Ne, wir warten ja auf den... Wir warten ja auf den Shop. Never mind. Ich habe nix gesagt. Wir warten ja auf den Shop. Oh Mann, Abflug. Wo ist der andere hin? Oh. Der andere ist gut. Das sind ein paar mehrere. Ach, scheiße. Toll vorbei. So viel zu O war leider kein schönes O. Ja, okay. Hier ist dann auch schon Ende. Gut, dann können wir hier mal wieder die Bombe setzen und hoffen, dass wir beide Totenköpfe erwischen. Ich glaube zwar nicht, aber vielleicht zumindest einen. Oh, ich habe sogar beide erwischt. Interesting. Leider haben sie mir nix gebracht. Bisher kein einziger Totenkopf hier irgendwas gebracht. Das ist sehr ungewöhnlich und ärgerlich. Aber was willst du machen? Äh, wo gehen wir weiter? Wir haben einen großen Raum. Wir haben einen kleinen Raum. Ich würde sagen... Gehen wir erstmal in den kleinen Raum. Oh, oh, oh. Das ist natürlich... Ein sehr guter Raum. Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Raum. Da werden wir uns jetzt Stück für Stück vorarbeiten. Immer wenn die Bombe aufgeladen ist, wird ein Stückchen mehr... Wobei der nächste Sprengung... Die nächste Sprengung ist es dann schon. Die nächste Sprengung ist es dann schon. Sehr, sehr cool. Okay, da ist der Shop. Und das Schöne ist... Ich komme durch mein Dark Arts sowohl an Bombe als auch an Schlüssel ran. Ohne, dass ich hier diesen gefährlichen Weg durch die Mitte gehen muss. So. Wenn man völlig feige ist. Okay, kein Kampf. Sehr gut. Sehr gut. Die Bibel. Ich denke, wir trennen uns dann an dieser Stelle von unserer Bombe. Tut mir leid, liebe Bombe. Aber es muss leider sein. Wir haben nämlich genug Bomben und insofern passt die Geschichte. Schlüssel kaufen auf jeden Fall noch einen ein. Und dann wieder einzahlen hier. Es fühlt sich komisch an, einzuzahlen, aber... Ja. Ne? Ihr wisst, warum ich es mache. So. Dann machen wir hier mit der normalen Bombe auf. Das ist völlig in Ordnung. Gar kein Problem. Ich kriege ja immerhin ganz viele Schlüssel dafür. So. Oh, das ist dieser komische Raum. Die könnten jetzt eigentlich alle... Wie lange dauert das? Okay, das dauert nicht so lange. Hallo? 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 Haben wir alle? Okay. Will ich jetzt aber nochmal reinschießen? Gut. Sehr schön. Genau, was wir gebraucht haben. Natürlich nicht, was ich wollte, aber man weiß es ja. Okay, so. Ja. Haben wir bisher irgendwas ausgelassen? Ne, ne? Schlüssel haben wir bisher genug dabei auch. Alles cool. Okay, da ist mein Bossraum. Das heißt, jetzt können wir da noch ein paar Bomben versuchen. Ich hätte natürlich die Bombe weiter mitnehmen können und aufladen können. Und dann zum Schluss die Bibel holen. Das wäre eigentlich schlauer gewesen, hätte ich jetzt ein paar Versuche mehr für die Bombe. Aber ist in Ordnung. Hier wird er wohl sein. Okay. Dann ist er an einem komischen Ort. Dann werden wir den nicht weiter versuchen. Okay, aber der andere ist auch blöd. Der andere Geheimraum ist auch blöd. Nee. Nee, sehe ich nicht. Nee, da sehe ich nicht, wo da sein könnte. Dann lassen wir das. Dann lassen wir das und gehen zum Boss und alles ist cool. Ja, das sind zu viele Möglichkeiten. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Ich könnte noch gucken, ob ich mit den zwei Münzen, die ich habe, ob ich da noch die Chance für den Angel Deal erhöht bekomme. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Ich glaube, zehn Münzen oder so. Wenn man einzahlen muss. Oh, warte, dann kann ich mir auch die Münze holen. Ja, plus 15,0. Wenn das jetzt den Angel Deal herbringt, dann hat sich das schon gelohnt. Sehr schöne Geschichte. Okay, lasst uns noch kurz, wir haben zwölf Bomben. Lasst uns noch kurz die zwei hier sprengen. Na, das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Dann verlassen wir diesen Ort. So. Und begeben uns zum Bosskampf. Der eigentlich mit den Sheet-Tiers nicht allzu problematisch werden sollte. Er dauert durch die geringe Range halt nur ein bisschen. Aber was willst du machen? Lieber ein Bosskampf, der lange dauert, als ein Bosskampf, der nicht läuft. Nice. Da ist mein... Oh. Angel Deal. Okay, aber an den können wir auch trotzdem reingehen, denn vielleicht hat er ja was wirklich brauchbares für uns oder einfach schwarze Herzen, die rumliegen. Das ist sogar sehr brauchbar. Oh mein Gott, ja. Ich wollte vorhin noch sagen, Darkbomb wäre großartig, weil der ja dann alle roten Herzen, die wir nicht einsammeln können, für uns verwertet. Insofern müssen wir jetzt leider noch mal losziehen. Also nee, das ist kein Leider. Das ist ein... Wir machen das doch sehr gerne. Ne? Weil das ist natürlich optimal. Ein Charakter, der keine roten Herzen nutzen kann, bei dem den Darkbomb zu finden. Fantastico. Selbst wenn er nur eine Spinne draus verwandelt. Selbst wenn er nur eine Spinne draus macht. Fantastico. Also besser kann es doch nicht sein. Oh, hier. Gönn dir. Perfekt. Da oben war kein Herz mehr. Okay. Da oben ist noch ein Herz. Oh, zwei sogar. Gönn dir. Wie es vor ihm einfach auch abhaut, Lul. Sehr geil. Sehr geil. Okay, da unten ist auch noch ein halbes Herz. Fantastisch. Bin begeistert. Okay, gut. Ja, dann haben wir ja alles, was wir wollen. Ja, ist doch alles cool. Dann ist doch alles cool. Ja, dann können wir jetzt weitergehen. So sieht's aus. Wir haben auch genug Schlüssel diesmal dabei. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, wir sind fast voll. Wir sind fast voll mit einem Charakter, der keine roten Herzen tragt. Oh mein Gott. Okay, wir machen erst mal auf. Okay, und jetzt versuchen wir da einfach... Ich müsste eigentlich mit einem Schuss nach hinten kommen. Genau. Und jetzt nämlich, wenn jetzt Münzen rauskommen, kann ich die direkt über... Mache ich das denn jetzt? Ja, die kriege ich so ja nicht, ne? Ach, Moment. Ich kann ja fliegen. Null. Okay, I'm sorry, dass ich das Fliegen kurz vergessen habe. Tut mir sehr leid. So. Da habe ich jetzt ein Herz verloren, was nicht notwendig war, aber ist nicht so dramatisch. Wir haben genug Herzen. Noch. Ist natürlich riskant, das zu sagen, ne? Ich weiß schon. Ist natürlich ein Herz, was ich nicht hätte verlieren dürfen und müssen und sollen, aber es ist halt passiert. So, in den Challenge-Rum kommen wir eh nicht rein. Ah, war blöd. Okay. Wheel of Fortune. Wieder hochlaufen war nicht so die beste Idee. Aber die Viecher verabschieden sich schon, weil sie einfach ins Feuer scheinbar reingesprungen sind oder so. Ich weiß es nicht. Können sie gerne machen. Okay. Schade. Okay, cool. Dann probieren wir doch gleich mal hier. Gehe da nicht. Wir haben so viele Bomben, ich werde jetzt einfach direkt hier lossprengen. Ja. Schlüssel-Sorgen haben wir nicht mehr. Das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Du brauchst gar nicht anfangen, loszurollen. Oh, aber jetzt kriegen wir nur noch, jetzt kriegen wir nur noch Satan-Deals, da wir den Satan-Deal natürlich genommen haben. Ähm. Dennoch natürlich interessant. Tududum. So. So. Bisher hat der Dark-Barm leider kein Futter mehr bekommen. Was sehr ärgerlich ist, aber was muss ich machen. Sehr schön. Ah, perfekt. Also ich glaube wirklich mit der Kombination... Oh, Devil. Okay. Ähm. Ja. Devil würde ich natürlich schon gerne mitnehmen. Dann ist die Frage, setzen wir Joker ein vorher? Bekommen wir den Satan-Deal... Ja, also... Da ich Devil definitiv mitnehmen will, muss ich Joker einsetzen. Insofern hat sich die Frage eigentlich erledigt. Okay. Es ist kein schlechtes Item. Aber ist es drei Herzen wert? Die Frage wäre halt, ähm... Wie viel oder wie schnell... Bekomme ich die Herzen über den Dark-Barm wieder zurück? Das ist halt die Frage. Aber, ne, ich muss... Ich muss das schon mitnehmen. Ich muss das schon mitnehmen. Ne, das muss ich mitnehmen. Also... Alles, was recht ist. So. Oh. Da ist der Rift. Sehr geil. Oh, die Bom... Okay, Bomben werden da auch eingezogen. Da muss ich da drauf achten. Und darf ich die Bomben vorher einsetzen? Das wusste ich nicht. Okay, so. Die wollte ich sprengen eigentlich. Dann kam der Rift. Ach. Kein Glück heute mit dem Quatsch. Okay. Quatschot. Sehr geil. Für meine Kombination. Sehr schön. Gerade vor allem mit dem Rift. Dann kommt der jetzt nämlich deutlich öfter. Shop. Ich bin hier ein bisschen eingeengt gerade. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Und hier müssen wir gleich mal die Bibel einsetzen. Dass wir uns die Kollegen hier holen können. Sehr, sehr schön. Aber es wäre trotzdem schön, wenn kein Kampf kommen würde. Weil wir dann noch mehr hätten einzahlen können. Ach, Mist. Und vor allem ausgeben können auch. Einzahlen und ausgeben. Weil das ist der letzte Shop, den wir kriegen. Ich meine, es könnte sein, dass wir, ups. Dass wir nochmal eine Donation Machine in einem, in einer Arcade oder so finden. Oder halt in einem Extra-Raum. So, das kann natürlich passieren. Aber so an sich. War's das jetzt halt mit der Geschichte. Ärgerlich. Ärgerlich. Ich hab gedacht, Kuh wäre aufgeladen. Kuh war noch nicht aufgeladen. Mein Fehler. Temperance. Nee. Temperance. Setz mal einfach gleich ein und spreng ins Weg. Dann hat sich die Sache nämlich auch schon erledigt. Und Devil wollen wir ja mitnehmen. Okay. Ich darf jetzt allerdings die Bibel nicht mehr zu oft einsetzen. Ah, das war dumm. Sonst könnte es noch passieren, dass ich nicht in den Boss... Okay, alles klar. Ich wollte noch sagen, dass ich nicht in den Bosskampf reinkomme. Bevor wir dort ankommen. Aber damit ist die Bibel aufgeladen. Und sie wird jetzt auch nicht mehr eingesetzt von mir. Denn wir wollen Mom damit ja ins Gesicht treten. Ne, Mom? Freust dich schon auf die Bibel? Weiß es doch. Hier wäre der The Fool-Kopf. Brauchen wir aber nicht. Wir spielen ja noch nicht gegen... ...Biest. Ach, komm schon. Okay. Äh, jetzt aufpassen. Nein, die wollen wir nicht. Die nützt uns nichts. Die ist doof. Die hatten wir noch nicht. Ja, okay. So, aber wir hatten ja einiges noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen rumgucken. Weil vor allem ist es kein einziges rotes Herz gespawnt. Das muss man sich mal überlegen. Es ist bisher kein einziges rotes Herz gespawnt. So. Aber hier können wir das rote Herzchen spawnen lassen. Selbst wenn die kommen, ist es egal. Alles klar, Spiel. Du willst nicht, dass ich am Automaten... Oh, das ist jetzt blöd. Mach dich weg. Das Spiel wollte nicht, dass ich am Automaten hantiere. Na gut, dann hantieren wir halt nicht am Automaten. Ärgerlich, aber was willst du machen? Achso. Ich habe überlegt wegen Bibel, aber... Okay, da haben wir noch mal ein bisschen was zum Sprengen. Na, wo ist er? Hä? Ach, habe ich dich gegen den Totenkopf geschossen? Cool. Jetzt kriegt er endlich mal wieder sein halbes Herz. Lul. Oh, den habe ich gar nicht gesehen, den Stein. Huch. Den Totenkopf habe ich mitgenommen, aber den Stein habe ich gar nicht realisiert, dass da einer ist. So, okay. Geheimraum. Den da drüber haben wir getestet. Der kann es nicht sein. Der kann es auch nicht sein. Da war ein Stein. Jetzt ist da kein Stein mehr, aber da war einer. Ähm, also ein Totenkopf war er. Hier kann es auch nicht sein. Okay, viele Möglichkeiten gibt es nicht mehr. Hier kann es auch nicht sein. Dann bleibt eigentlich nur der Raum hier. Ja. Jetzt saugt er das da in die Nähe von den Stacheln. Nicht ganz, was ich wollte, aber ist in Ordnung. So. Okay. Wir brauchen die Chance auf Devil Deal auch nicht mehr. Ah, okay, aber ich könnte die trotzdem sprengen, weil die könnten auch ein Item geben. Das ist so ziemlich das letzte Item, was ich wollte, aber es ist ein Item. Aber jetzt nützt mir das leider gar nichts mehr. Ach, es ist so ärgerlich. Aber was willst du tun? Gut, Mom. Darf ich dir die Bibel vorlesen? Mom ist von der Bibel komplett angetan. Okay. Gut. Oder auch nicht so gut. Ähm. Wir sind wieder bei einer Stunde sieben. Aber ich glaube, der nächste Teil des Wands dürfte etwas schneller gehen, weil wir jetzt halt nicht mehr ständig alle möglichen Sachen und so weiter, ne? Hier waren wir drin, ne? Ich gucke nur noch mal ganz kurz rein. Okay, alles gut. So, wir sind also... Die Aufladung ist ganz cool. Devil haben wir dabei. Was wir noch nicht haben, ist eine Möglichkeit. Das ist definitiv mein Twinket. Jetzt brauchen wir keine Münzen mehr. Wünschen sind jetzt gerade mal völlig egal. Oh, der Rift zieht auch Items an. Der wäre also auch für Items, die wahrscheinlich irgendwie über einem... Ich weiß nicht, ob die dann den... Wie bei Magneten, ob die dann den Boden überqueren oder nicht. Aber wäre eine coole Geschichte, wenn das so funktionieren würde. Aber wie gesagt, den Counterfit Penny braucht man nicht mehr. Wir haben genug Geld und wenn wir irgendwo Geld aus... Ja! Das wären ziemlich coole Items, wenn wir sowas wie Book of Shadows hätten. Das ist jetzt halt ärgerlich, ne? Okay, du darfst dich mal bedienen hier. Ja, das war eine Spinne. Oh, Mensch. Das ist jetzt... Ich meine, wir können ja gucken, wie viel nachher in der Ebene noch übrig bleibt an Zeug. Das ist ein sehr gefährlicher Raum, möchte ich mal kurz anmerken. Ich würde den Raum kurz mal weniger gefährlich machen. Okay, die Range von mir... Ist wirklich sehr unangenehm. Ihhh! Oh mein Gott, dass ich dem ausgewichen bin, war... Unerwartet, aber hat funktioniert. Lol. Was ist das? Warum? So ein Kä... Oh, ey. So ein Käse. So ein riesiger Käse. So ein Käse. Okay. Jetzt habe ich im Endeffekt eigentlich sogar zu viel Schlüssel. Ja, cool. Toll. Full Half, immer gern gesehenes Item. Mit blauen und schwarzen Herzen. Super. Also die Range ist nervig. Aber die Schilde Tears sind halt sehr gut. Aber die Range ist... Ah, ich dachte, ich komme schnell genug. Scheiße. Ich weiß nicht, warum ich jetzt bis da hochgelaufen bin. Das war blöd. Aber das war wieder so richtig dumm. So richtig unnötiger Herzverlust. Also wir könnten jetzt schon zwei Herzen mehr haben. Ich habe zweimal Herzen komplett unnötig verloren bisher. Kann man ja mal so festhalten. weg mit dir. Puh. So, oh Gott. Steine gucken. Sieht aber alles recht normal aus. Okay. Das ist direkt was für Bummi. Das war eine Ansammlung für mich. Da liegt eine Karte. Oh, da ist mehr für Bummi. Bummi macht aber im Moment nix. Hängt Man nützt mir nix, weil ich eh die Bibel hab. Da kommen wir noch ran. Das machen wir aber über Bombe. Da haben wir eh unendlich... Oh! Freund. Ist gerade wieder vergessen, dass wir unendlich Bomben haben. Da muss ich natürlich jetzt leider noch mal nacharbeiten. Es tut mir leid. Beeile mich auch. Aber sollte ich einen dieser blöden Crawl Spaces finden, wäre es das halt schon wert gewesen. Habe ich hier irgendwo Steine ausgelassen? Nee, ne? Oh. I'm sorry. I'm really sorry. Da waren wir aber schon. Okay, da haben wir gesprengt. So. Okay. Man sieht halt auch nichts an, ob da irgendwo jetzt ein Crawl Space rauskommt oder nicht. Lol. Da gibt's einfach ein stabiles HP ab, auch wenn es natürlich nicht so krass ist in dem Fall. Aber es ist noch ein Shot Speed Up dabei. Dann können wir an der Stelle jetzt auch mal anfangen, den Geheimraum hier zu suchen. Okay. Ja, ich glaube, das mache ich erst, wenn ich in der Nähe vom Boss bin und wenn dann da tatsächlich keiner auftaucht, dann kann man immer noch nachschauen, ob er nicht woanders sein könnte. Shit, ich... Ich... Okay. Es ist viel zu riskant, hier, wenn man ein ganzes Herz Schaden bekommt, es ist viel zu riskant, dann diese Kacke immer anzufangen. Das sollte ich ganz dringend lassen. Absolute Empfehlung, diesen Quatsch zu lassen. Okay. Wo wird der Boss in welche Richtung sein? Oh, da ist noch der... Oh, stimmt, den Raum können wir auch noch betreten. Hab ich schon wieder verdrängt. Okay. Ein weiteres Guppy-Item wäre cool. Das ist kein weiteres Guppy-Item. Das auch nicht. Schade. Sehr schade. Oh mein Gott. What the heck war das denn? Irgendwie ist mein Schatten da hängen geblieben, oder was? Lol. So. Alber Bosskampf hier. Gut. Dann geht's nach hier weiter. Gittige, das war knapp. Vergessen wir, dass sie in alle Richtungen schießen können. Na, endlich. Oh mein Gott. Achso, es ist ja eh egal, ich habe eh goldene Bomben. Ich muss gerade sagen, ich muss aufpassen, dass ich nicht die Fässer kaputt mache, aber es ist ja eh wurscht, ich habe eh goldene Bomben. Dann ist es sogar besser, die Fässer erst mal kaputt zu machen. Mit der gleichen Begründung. Ich habe ja eh goldene Bomben. Häää! Schisch! Oh mein Gott. Zweimal Cheerio. War das das, mit dem man steht still und die Tierrate erhöht sich? Irgendwie so? Ja. Dann können wir uns das jetzt mal angucken, weil hier eh zwei rumliegen und ich eh keins davon einsetzen werde. Dann können wir uns das jetzt mal angucken. Ja, ich kann mich also nicht bewegen, aber habe da eine krasse Tierrate. Aber ich kann mich in dem Moment nicht bewegen. Also das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Das sollte man nur einsetzen, wenn man es kann. Lavas, sehr schön. Futter für Bummi. Ja, und wir sind voll. Aber ich werde trotzdem weiter Münzen einsammeln, weil Lack ab und so. Wisst ihr Bescheid. Okay. Ja, dann wird es wohl hier unten weiter zum Boss gehen. Jawohl. Oh, oh boy. Kritischer Raum. Erstes Auge weg. Zweites. Drecks Auge auch weg. Oh mein Gott. So. Dann erstmal. Okay, hier. Futter für dich. Sehr schön. Unbekannte Pille. Das ist jetzt nicht so geil. Ihhh. Okay, erstmal die Viecher loswerden. Oh mein Gott. Erstmal die ganzen Viecher loswerden. Ja, weil jetzt So, langsam können wir uns jetzt mal dem Boss widmen. Das Gute ist, ich kann ja fliegen und damit kann ich seine Schüsse im Prinzip abwehren. und kann ihm schön viele schön viele Mistlinge da hinsetzen. Dann macht es nämlich schön Schaden, wenn er da drin ist. Gift und Bombe macht den Rest. Schöner Kampf. Devil Room. Wir gehen natürlich rein. Gut. Wir gehen natürlich und das war ein Range ab. Endlich. Ein bisschen mehr Range. Da ist nichts, was wir mitnehmen wollen. Wobei ich mich jetzt gerade frage, wie sich das das rechte Item auswirkt, wenn wir gar keine Herzen haben. Weil das ist doch dieses Item, dass wenn man keine roten Herzen oder ein halbes rotes Herz hat, lasst mich kurz lesen. When Isaac has no wet hearts, this item gives Isaac the ability to fly. Wait, dann fliege ich jetzt ja immer, oder was? Every 40 seconds when the timer displays 0,20 or 40 a shield triggers nullifying all types of damage. Wait, nein, das nehmen wir mit, das ist was ganz anderes. Das gibt mir vor allem am Anfang zwei schwarze Herzen, das heißt, ich verliere jetzt im Endeffekt nur ein Herz. Okay, das heißt, ich müsste jetzt doch immer fliegen können. Und es gibt jetzt irgendwo einen Timer, ich weiß nicht, wo der ist. Wenn man in einem Raum sich aufhält, ach so, wahrscheinlich erst, wenn man hier drin ist oder so, in dem Raum. Und der Timer geht bei 20 Sekunden oder so, also gerade bei Bosskämpfen kriegt man dann so ein Schild, zusätzlich gespendet. Scheinbar. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber klingt auf jeden Fall interessant. So. Wir müssen natürlich jetzt nochmal zurück. Dann brauche ich die Bibel jetzt, doch, die Bibel brauche ich noch für den Herzkampf. Trottel. Ähm. Genau. Und jetzt kann ich nämlich hier in Ruhe sprengen, ohne dass... Ja, perfekt. Das ist genau, was wir wollten. Oh, lol. Die Soul of Samson ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, weil die halt die blöden Spinnen droppen. Ich wollte deswegen eigentlich vorsichtig sprengen, damit ich auf keinen Fall dann so eine Spinne reinrenne. So, okay, gut. Dann haben wir alles gesehen in der Ebene. Hat jetzt doch länger gedauert, als ich dachte. Tut mir leid. Aber die besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. So. Eigentlich könnte ich dann jetzt, wenn ich eh fliege, auch den... Das Ding, das ich gegen Stacheln und so immun bin, wegnehmen, weil nützt mir ja nichts mehr. Kann jetzt ja über alles drüber laufen. Also, ich laufe ja nicht mehr drüber, ich fliege ja drüber. Ja, okay. Dann ab in die nächste Ebene. Menschenskinder. Ich dachte, das geht schneller heute. Sollen wir... Sollen wir... Sollen wir... Sollen wir Cliffhanger... Ich... Das ist... Ach, Mann. Ich weiß halt nicht, wie weit der war noch geht. Angenommen, dann kriege ich noch nachher Dings und so weiter. Wir Cliffhanger hier. Mir wird der Part zu lang. Und euch auch. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.